herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe michael will spiel ich bin michael will und das hier neben mir das ist underwater cities underwater cities ist ein unterwasser aufbau strategie spiel aus der feder von wladimir suchy das spiel wird empfohlen für eins bis vier spieler ab 14 jahren die spieldauer wird mit ungefähr 40 minuten pro spieler angegeben und das spiel ist erschienen bei delicious games den deutschland vertrieb macht asmodee ich schicke einfach mal folgendes voraus seit wir mit terraforming mars angefangen haben habe ich jetzt neuerdings so einen faible für karten auslegen und wirtschaftsstrategie kreisläufe aufbauen das mag ich wirklich gern und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe eben gesehen dass es ein anderes spiel gibt was ganz ähnlich funktioniert wie terraforming mars aber das ganze szenario unter wasser ansiedelt und so sind wir auf underwater cities gekommen deswegen haben wir das spiel uns geholt für euch probe gespielt und werden euch im resümee auch erzählen wie wir es denn finden aber zuerst gibt es natürlich wie immer eine kurze regelerklärung und zu der wünsche ich euch jetzt viel spaß bevor wir mit der regelerklärung von underwater cities beginnen mal ein kleines vorwort also wenn ihr euch jetzt hier auf dem tisch mal umschaut habe ich euch ja schon mal eine partie für zwei personen aufgebaut aber was euch wahrscheinlich auch gleich auffallen wird an diesem spiel ist echt nicht mehr viel original warum ist das so also underwater cities ist definitiv ein spiel was man sich nicht kauft wegen der besonders luxuriösen ausstattung ganz im gegenteil also das material was in dieser schachtel liegt das sieht teilweise ein bisschen selber gemacht aus deswegen haben wir uns natürlich alle mühe gegeben möglichst viele möglichkeiten zu nutzen um dieses spiel zu pimpen dass das ganze eben optisch ein bisschen ansprechender wird also ihr seht schon diese kistchen die hier auf dem tisch stehen das ist ebenso ein standardisiertes inlay was wir uns gekauft haben damit die ganzen ressourcen die es im spiel gibt auch ordentlich aufgeräumt werden und dann gibt es natürlich hier jede menge ressourcen ich zeige euch diese ressourcen mal im original damit ihr mal seht wovon wir reden also das sind die eigentlichen ressourcen die dem spiel beiliegen davon gibt es insgesamt vier verschiedene das grüne ist tang dieses dieser erlenmeyer kolben hier das ist wissenschaft dann gibt es hier noch was das ist stahlplastik das ist quasi der baustoff mit dem man unter wasser bauen kann und dieses rosa farbige plättchen das ist biomasse das sind die vier standard ressourcen das sind eben ganz normale plättchen dann zeige ich euch noch was das sind nämlich hier die aktions token die sind im eigentlichen spiel einfach nur solche plastik solche solche pappkärtchen die man dann auf den plan legt und auch die fand ich relativ unspektakulär diese plättchen hier haben wir dann ersetzt gegen kleine u-boote also wenn ihr sowas auch gerne haben wollt kann man euch tatsächlich nur empfehlenswerte den spiel das spiel deutlich auf und wenn ihr da einfach mal bei google eingebt irgendwie token set für underwater cities dann findet ihr relativ schnell jemanden der euch solche sachen hier macht also das ist jetzt zum einen der aktionsmarker in form dieses u-boots die restlichen ressourcen da kann ich euch hier mal den tang zeigen das sind dann tatsächlich so kleine tang pflänzchen die man hier hat als ressource dann gibt es ja noch biomasse biomasse zeige ich euch auch biomasse sehr süß das sind hier nämlich so kleine seesterne auch die gibt es natürlich in zwei verschiedenen größen nämlich eine einheit wert und drei einheiten wert dann gibt es hier noch so richtige erlenmeyer kolben das ist dann eben das sind die tokens für die wissenschaft die schauen dann so aus sieht auch relativ schick aus und dann gibt es noch stahlplastik und die stahlplastik das sind hier solche plastik elemente die sehen dann wenigstens schon so ein bisschen aus wie das baumaterial was es im spiel gibt das wichtigste ist aber tatsächlich das eigentliche player board ich zeige euch hier mal so ein player board wie es im originalspiel dabei liegt und ihr seht das ist jetzt einfach nur hier ein bisschen dickeres papier da gibt es keinerlei einbuchtungen wo man dann irgendwie seine 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 sein dom drauflegen kann oder seine bauwerke drauflegen kann also das ist wirklich glattes papier auch das heißt wenn man hier irgendwas drauflegt das ist ganz schnell verrutscht und vor allen dingen gibt es ja noch bauwerke die man upgraden kann da stapelt man dann kleine steinchen übereinander und das geht natürlich hier auf so einem ganz normalen papier eigentlich gar nicht und deswegen habe ich mir genau für diesen zweck schon die erste erweiterung für underwater cities gekauft die heißt new discoveries die gibt es noch gar nicht auf deutsch aber in dieser schachtel ist eben das hier drin und das ist eben so ein player board mit ausbuchtungen da kann ich jetzt auch hier meinen ersten dom reinlegen und der bewegt sich halt nirgendwo hin also das wäre dringend anzuraten auch wenn ihr die restliche erweiterung mit den karten vielleicht aufgrund der sprachbarriere noch gar nicht benutzen könnt aber alleine dieses player board ist es auf jeden fall schon wert also nicht wundern ein bisschen was was hier auf dem tisch liegt sieht anders aus als im originalspiel aber die spielmechanik und alles was damit zusammenhängt ist natürlich noch dasselbe und nach diesem etwas umfangreicheren vorwort beginnen wir jetzt auch mal mit dem aufbau des spiels der aufbau des spiels beginnt wie bei den meisten spielen damit dass man einfach mal den spielplan in die mitte legt achtung auch bei diesem spiel ist es wie bei vielen anderen spielen so dass der spielplan beidseitig bedruckt ist es gibt eine version für eins bis zwei spieler und auf der rückseite gibt es dann die version für drei bis vier spieler das erkennt ihr einfach daran dass hier oben links so eine tauchermaske mit einem schnorchel abgebildet ist hier steht eins bis zwei spieler ich habe euch hier ja auch eine partie für zwei spiele aufgebaut wenn ihr zu dritt oder zu viert spielt dreht ihr den plan einfach um der einzige unterschied ist dann tatsächlich dass es hier mehr solche aktionsfelder gibt damit man sich eben zu viert nicht in die quere kommt aber wie gesagt der erste schritt den spielplan in der mitte des tisches auslegen als nächstes bildet man dann den gemeinsamen vorrat aus plättchen das haben wir hier organisiert durch diese hölzernen schächtelchen also hier gibt es die verschiedenen bauwerke die tunnels die verschiedenen ressourcen hier gibt es geld das liegt man alles an den rand des spielplans für jeden zu erreichen weil diese ressourcen braucht man im spiel wirklich relativ viel außerdem gibt es hier auch noch ein schächtelchen mit den domen arm für die unterwasser städte die man baut die gibt es in weiß das sind ganz normale unterwasser städte und die gibt es in rot das sind die symbiotischen städte wichtig dabei von diesen roten symbiotischen städten gibt es nicht eine unbegrenzte anzahl sondern die maximale anzahl dieser städte hängt von der anzahl der spieler ab wir mehr eine partie für zwei spieler damit sind sieben symbiotische städte im spiel bei drei spielern sind es zehn und bei vier spielern sind es dann eben alle 13 symbiotischen städte die sich im spiel tatsächlich befinden und die man im spiel auch bauen darf das nächste was man macht ist dass man sich in der schachtel alle karten mit tauchern auf der rückseite sucht und die nach farben sortiert ich kann euch die mal hier von nahem zeigen das sind diese taucher karten die gibt es in blau in lila und in braun das hat folgenden hintergrund das spiel wird in drei eras gespielt und es gibt für jede era einen unterschiedlichen kartensatz das heißt es gibt die ära eins das sind die karten mit denen wir jetzt unsere erste spielphase spielen werden dann wechselt es irgendwann in die ära zwei dann kommen die blauen karten vom tisch und die lila farbigen karten werden benutzt und wenn man dann in der ära drei in der letzten ära angekommen ist tauscht man wieder alle karten aus und dann werden mit wird mit den braunen karten gespielt das sind dann die karten für die ära drei das ist hat folgenden hintergrund im laufe des spiels wird man natürlich immer mächtiger hat immer mehr ressourcen und kann immer mehr bauen deswegen sind natürlich auch in dem stapel der ära drei ganz andere und viel wichtigere und größere karten enthalten als im anfangs stapel für die ära eins man sucht sich also jetzt als allererstes mal die blauen karten raus die blauen karten werden dann alle mal gemischt und hier oben rechts auf den spielplan in einem stapel abgelegt daneben dieses feld das ist dann der ablage stapel für diese aktions karten der bleibt frei denn den brauchen wir später wenn wir unsere karten benutzt haben das nächste was man tut ist dass man sich um diesen bereich hier kümmert in diesem bereich hier werden die spezialkarten ausgelegt die gibt es auch in drei verschiedenen geschmacksrichtungen nämlich spezialkarten die den wert 1 oder den wert 2 haben diese beiden kartentypen die werden gemischt zusammen gemischt und hier auf diesen stapel abgelegt das sind die kartens kann ich euch mal hier zeigen das sind die karten die hier auf der rückseite so ein einfaches es abgebildet haben dann mischt man diese karten legt die hier in der mitte auf den stapel und die oberste karte wird umgedreht und oben auf den stapel aufgelegt zusätzlich gibt es auch noch die ganz ganz teuren spezialkarten das sind wirklich auch karten die sensationelle effekte haben und das sind dann die karten die drei wert sind und auch drei credits kosten wenn man sie später kaufen möchte auch hier nimmt man alle karten die sehen auf der rückseite schon ein bisschen anders aus die sind zum einen grün und die haben auf der rückseite auch hier schon diese drei credits abgebildet die sie dann später kosten und mit denen macht man es ein bisschen anders dann nimmt man den karten stapel mischt den ganzen karten stapel und teil dann sechs karten aus die dann hier auf diese felder gelegt werden und tatsächlich sind das auch die einzigen sechs dreier karten dies im spiel gibt wenn hier eine karte gekauft wird wird die nicht ersetzt das heißt wenn die karten alle weg sind sind sie weg das sind die einzigen sechs karten die im spiel sind die restlichen karten kommen einfach wieder zurück in die schachtel die werden in diesem spiel nicht benötigt was man dann noch auslegt das ist zwar ein eine optionale spielform aber ich würde vorschlagen dass ihr die auf jeden fall mit nehmt das sind diese drei karten die hier liegen auch die zeige ich euch mal von hinten damit ihr die in der schachtel erkennt das sind regierungsaufträge also das sind eigentlich so landmarks zwischenziele die man erreichen kann und mit denen würde ich auf jeden fall spielen denn hier ist es jetzt zum beispiel so jedes mal wenn ein spieler als als erstes die anforderungen erreicht die hier auf dieser karte abgedruckt sind also hier zum beispiel der erste spieler der drei spezialkarten gekauft hat der bekommt gleich mal drei siegpunkte und eine biomasse also das sind so zwischenziele die man erreichen kann im laufe des spiels das ist sehr spannend und auch sehr lustig weil man über diese karten nämlich zwischendurch relativ viele ressourcen und auch relativ viele siegpunkte schon verdienen kann funktioniert genauso wie mit den dreier wertkarten man nimmt den stapel mit den karten mischt die einmal ordentlich durch zieht drei karten blind und legt die dann offen hier oben in die entsprechenden plätze aus dann nimmt man sich aus dem vorrat den era marka der era marka ist das unspektakulärste token im ganzen stapel das ist nämlich hier so ein einfaches unlackiertes holztoken und dieser era marka der kommt hier drüben auf dem spielplan auf die 1 der era leiste ich habe es euch vorhin schon gesagt das spiel wird in drei verschiedenen eras gespielt die erste era ist auch ein bisschen länger als die ära 2 und die ära 3 ihr könnt hier schon sehen die erste ära hat vier ära hat vier einheiten dann kommt eine produktionsphase ära 2 hat nur noch drei dann kommt eine produktionsphase und auch die ära 3 hat auch nur noch drei phasen und dann gibt es die abschließende produktionsphase der ära marka ist also dazu da immer zu sehen in welchem stadium des spiels man sich gerade befindet und wird am anfang hier unten auf die 1 gelegt dann gibt es noch zwei marken die auf den spielplan gelegt werden das sind diese beiden marken hier unten am rande des spielplans das sind einfach nur unsere punkte zählsteine das gibt es in blau und in orange weil wir eben hier gerade blaue und orange steine haben der kommt hier auf die 1 der siegpunkte leiste die geht hier wie bei vielen spielen einfach außen um den spielplan herum und zählt die verdienste die man eben macht und zählt oder führt buch über die siegpunkte die man im laufe des spiels gewinnt das war jetzt der allgemeine spielaufbau jetzt kommt aber natürlich auch noch der spielaufbau für jeden einzelnen spieler es ist folgendermaßen als allererstes bekommt der spieler diese drei aktions plättchen wie die im original ausschauen habe ich euch vorhin schon gezeigt wir haben die ersetzt gegen diese coolen u boot tokens und das sind die aktionsmarker mit denen ich dann definiere welche aktion ich in meiner runde ausführen möchte davon bekommt jeder drei und die legt er vor sich direkt in seinen persönlichen vorrat dann bekommt jeder spieler einen sogenannten persönlichen assistenten ich zeige euch erstmal die rückseite der karte das ist so eine blaue karte mit so einem assistenten symbol hinten drauf und wir haben jetzt hier als blauer spieler einen persönlichen assistenten das ist ein delphin kann ich euch auch mal zeigen wie die karten grundsätzlich ausschauen der persönliche assistent ist eine aktionskarte wenn man später im laufe des spiels eine aktion durchführt dann wird diese karte einfach um 90 grad gedreht also gekippt und dann kann man die aktion durchführen die hier oben abgebildet ist also mein persönlicher assistent wenn ich den aktiviere gibt mir dann zum beispiel eine einheit stahlplastik oder einen credit jeder spieler bekommt so einen persönlichen assistenten die sehen zwar alle anders aus aber die funktionsweise ist tatsächlich bei allen persönlichen assistenten exakt identisch dann bekommt jeder spieler eine wertungskarte diese wertungskarte zeige ich euch auch jetzt mal von nahm diese wertungskarte spielt jetzt am anfang des spiels noch gar keine rolle diese karte ist erst wichtig am ende des spiels weil hier einfach nur noch mal akribisch aufgeschrieben ist für welche dinge die ich erreicht habe im spiel ich später in der entwertung punkte bekomme deswegen packt die ruhig auf die seite brauchen wir aktuell noch nicht brauchte aber später wenn es dann im spiel um die auswertung geht dann bekommt jeder spieler eine übersichtskarte das ist diese hier und die zeige ich euch jetzt auch mal keine angst vor dieser übersichtskarte als ich die das erste mal gesehen habe ich mir gedacht um gottes willen das ist ja super super unübersichtlich aber ist es tatsächlich gar nicht denn auf dieser übersichtskarte steht einfach hier links im roten bereich was die einzelnen strukturen kosten die wir denn bauen können das erkläre ich euch später noch mal ausführlicher und hier in diesem gelben bereich steht dann was jede einzelne struktur in der produktionsphase dann auch produziert und zwar eine normale struktur eine abgegradete struktur und dann gibt es auch noch besondere boni wenn man eben zwei abgegradete strukturen derselben art in einer stadt stehen hat also zwei farmen zwei entsalzungsanlagen oder zwei laboratorien dann geben diese einrichtungen nehme ich mal richtig viel ressourcen und das gleiche gilt natürlich auch für die symbiotischen städte auch die produzieren in der produktionsphase was aber sogar siegpunkte und das was dann hier unten steht das ist dann einfach nur der ablauf was in der produktionsphase alles passieren kann und hier unten ist noch ein kleiner hinweis der auch ganz wichtig ist wenn man nämlich etwas baut im spiel darf man jederzeit entweder kelp also sprich die die grünen jetons oder stahlplastik das ist die eigentliche bausubstanz ersetzen gegen biomasse also wie gesagt der zettel sieht am anfang etwas unübersichtlich aus aber wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat und die ikonografie verstanden hat dann ist es wirklich extrem aufschlussreich und auch unbedingt notwendig und im spiel wirklich eine große hilfe jeder spieler bekommt natürlich auch start ressourcen und das sind folgende jeder spieler bekommt als start ressource einen tang eine stahlplastik dann eine wissenschaft und außerdem bekommt jeder spieler am anfang zwei credits so das sind quasi unsere ausgangs ressourcen mit denen das spiel beginnt dann bekommt jeder natürlich noch einen spieler bogen dieser spieler bogen das ist das was ich hier vor mir schon hingelegt habe was ich euch auch gerade schon gezeigt habe hier sind die einzelnen bauplätze für unsere städte für unsere tunnels für unsere gebäude und natürlich auch für die metropolen es gibt eine forder und eine rückseite die seite mit der wir jetzt spielen ist die mehr oder weniger einfachere seite denn hier sind hier ist der ganze aufbau das ganze layout relativ symmetrisch auf der rückseite ist ein anderes layout aufgedruckt was weniger symmetrisch ist und deswegen auch ein bisschen schwieriger zu erschließen ist aber ich denke mal für ein erstes spiel ist es schon ganz sinnvoll wenn wir mit der einfachen seite dieses plans spielen was dann jeder bekommt auf diesen plan ist hier eine startstadt die wird hier unten rechts in diese form gesteckt ich kann euch diesen ganzen plan hier mal von nahem zeigen damit ihr das auch mal sieht also hier unten rechts gibt es eben diese startstadt und was ich euch auch gleich noch zeigen kann rund um jede stadt gibt es auch noch drei bauplätze drei normale bauplätze in denen kann ich dann später meine gebäude bauen und es gibt an jeder stadt auch noch so einen sonderbauplatz der ist so ein bisschen blau hinterlegt in diesem bauplatz darf ich wirklich nur bauen wenn ich über eine kartenaktion oder irgendeine andere aktion wirklich dazu aufgefordert werde also dieser bauplatz ist reserviert für besondere bauprojekte die anderen einbuchtungen hier die sind dann für tunnels weil tunnels verbinden die städte dann miteinander und das ist jetzt mal die die grundaufstellung die ich in meinem spielerbogen machen kann dann gibt es insgesamt noch drei plättchen die ich auf meinem bogen auslegen muss oder einfügen kann und zwar sind das die drei metropolen natürlich möchte ich auch meine städte unter wasser verbinden mit städten an land und das sind eben diese drei plätze hier auf meinem spielerbogen links unten links oben und rechts am rand das sind metropolen und dafür gibt es auch solche plättchen davon kriege ich einfach zwei blaue ausgelost die werden hier auf die rechte und auf die linke untere seite gelegt und es gibt noch braune metropolen plättchen und die braunen metropole die braune metropole wird hier oben links aufgelegt bei den metropolen ist es so wenn es mir gelingt diese metropolen an mein unterirdisches unterseeisches netzwerk anzuschließen dann bekomme ich entweder einen sofort bonus das ist immer dann wenn in der metropole hier oben so ein blitz symbol aufgetragen ist oder ich bekomme einen bonus am ende des spiels das sehe ich daran dass auf dieser metropole hier oben ein uhren symbol abgedruckt ist und deswegen ist es natürlich schon auch sinnvoll seine metropole oder seine unterwasserstadt möglichst groß zu bauen und auch diese metropolen ins netzwerk zu bringen weil sie eben teilweise spektakuläre boni bieten so und jetzt schnaufen wir mal tief durch was wir jetzt noch machen müssen ist dass wir uns karten nehmen und zwar funktioniert das folgendermaßen jeder spieler kommt am anfang des spiels sechs karten ausgeteilt ich gebe mir jetzt einfach mal sechs karten natürlich würde ich auch meinem gegenspieler gegenüber noch sechs karten geben aber ich werde es jetzt einfach nur mal für mich machen dann dürfte ich diese karten in die hand nehmen und dürfte mir die karten natürlich anschauen müsste jetzt aber drei karten ablegen denn jede runde beginnt man immer nur mit drei handkarten kann ich euch gleich sagen später fürs spiel ihr dürft während der runde jederzeit mehr karten auf der hand haben aber wenn ihr dran seid wenn die runde wieder zu euch kommt dann dürft ihr nur maximal drei karten auf der hand haben und für den anfang des spiels ist es gar nicht so schlecht wenn man von jeder farbe eine karte in der hand hat also sprich eine rote eine gelbe und eine grüne karte ich würde jetzt mal diese karte behalten ich würde mal diese karte behalten und ich würde was habe ich jetzt jetzt habe ich grün und gelb und die rote karte behalten und die anderen drei karten würde ich direkt auf den ablagestab legen so dass ich jetzt noch drei handkarten in der hand habe und damit ist die spiel vorbereitung auch abgeschlossen und das eigentliche spiel kann beginnen die wichtigste frage diesmal vorab zu klären gilt das spiel wird ja in einzelnen runden gespielt die frage ist aber wer ist denn dran und in welcher reihenfolge wird denn gespielt und um das herauszufinden gibt es bei underwater cities eine wirklich clevere und interessante lösung es gibt nämlich hier diese staatenbund leiste hier auf der linken seite ist die leiste wer wann in der tatsächlichen aktuellen runde dran ist also sprich wir haben einfach ausgelost ich bin jetzt quasi der staatsspieler mein mitspieler ist auf position zwei im umkehrschluss wird aber dann mein mainstein hier unten in diese ablage gelegt und hier drüben gibt es noch mal eine skala auf der man im laufe dieser runde hinauf wandern kann und wer dann am ende der runde am weitesten oben auf dieser staatenbund skala ist das ist dann derjenige der in der nächsten runde auch der staatsspieler wird also man muss sich quasi im laufe der runde seinen platz in dieser staatsspieler leiste oder in dieser hierarchie verdienen und das ist wirklich sehr sehr cool zumal man wenn man diese staatenbund leiste hier hinauf zieht eben auch boni bekommt wie ihr hier ja schon seht also wenn ich auf die drei komme kriege ich einen credit wenn ich auf die zwei komme kriege ich eine stahlplastik und wenn ich hier oben auf platz eins schaffe dann kriege ich sogar noch einen siegpunkt und selbst wenn ich oben schon angekommen bin und noch weiter nach oben ziehen würde kriege ich für jeden schritt den ich weiter nach oben ziehen würde immer weiter siegpunkte also diese staatenbund leiste hier ist auf jeden fall was was man im auge behalten muss denn über diese staatenbund leiste wird die reihenfolge der im spiel später definiert so und jetzt können wir uns auch schon darum kümmern wie denn ein zug abläuft ich habe es euch ja schon gesagt das wichtigste ist dass jeder zug damit beginnt dass man drei handkarten in der hand hat wenn man mehr handkarten in der hand hat muss man bevor der eigentliche zug beginnt auf drei handkarten abwerfen und jetzt kommt der trick man muss eine aktion in einer runde ausführen und dazu eine karte ausspielen also es gibt immer zwei dinge die man tut man plant eine aktion und man spielt dazu eine karte aus und zwar funktioniert das so dass man diesen aktionsmarker hier nimmt also das sind ja bei uns diese schnuckeligen kleinen u-boote und dieses kleine u-boot setzt man jetzt auf eine der aktionen die hier am rand außenrum zu finden sind davon gibt es vier grüne vier rote und vier gelbe und ich signalisiere immer dass ich diese aktion tun möchte indem ich eben meinen aktionsmarker hier auf diese aktion stelle wichtig dabei ist es dürfen natürlich nur freie plätze besetzt werden also wenn der platz schon besetzt ist von dem aktionstoken eines mitspielers dann darf ich diese aktion in dieser runde nicht mehr durchführen jetzt habe ich mich für einen aktionsplatz hier ausgesucht meinetwegen diesen roten aktionsplatz und dieser rote aktionsplatz würde jetzt quasi bedeuten wenn ich mein u-boot hier hin lege die ikonografie ist relativ leicht zu verstehen dann bekomme ich eine stahlplastik noch eine stahlplastik und einen kelp als ressourcen das können wir jetzt direkt machen das heißt ich würde mir jetzt diese beiden ressourcen nehmen dann würde ich mir noch den kelp nehmen dann habe ich nämlich zumindest die aktion schon abgehandelt auf die ich hier mein u-boot gestellt habe und jetzt kommt aber das eigentlich brillante von underwater cities jetzt schaue ich mir meine kartenhand an und jetzt muss ich ja zusätzlich zu dieser aktion eine karte spielen wenn ich eine karte spiele die nicht zur farbe des aktionsplatzes passt dann lege ich diese karte einfach ab und die aktion die auf der karte steht verfällt also wenn ich eine gelbe karte spiele oder eine grüne karte spiele wandert die einfach auf den ablagestapel und nichts passiert aber wenn ich jetzt eine rote karte spiele und ich habe eine rote karte dann darf ich wenn ich zeitgleich einen roten aktionsplatz besetzt habe die aktion auf dieser karte durchführen und das würde ich jetzt natürlich gleich mal machen denn die karte sagt jetzt zum beispiel das heißt schmuggel das dürfte ich sofort ausführen hier oben ist ein blitz abgebildet und die karte sagt ich gebe eine stahlplastik aus und bekomme dafür einen credit und eine wissenschaft und das würde ich natürlich sofort machen das heißt ich lege diese karte ab gebe eine stahlplastik ab und bekomme dafür einen credit und eine wissenschaft also noch mal das ist wirklich eine eine sehr sehr coole mechanik die sich der autor da ausgedacht hat wenn die karte farblich passend zum aktionsplatz ist kann ich den aktionsplatz ausführen und kann die karte ausführen wenn die farbe nicht passt kann später im spiel schon mal passieren lege ich einfach nur die aktionskarte ab und nichts passiert also das ist mal die grundsätzliche art und weise wie ein zug stattfindet ich suche mir eine aktion ich spiele eine karte und das war's das heißt das war's stimmt noch nicht ganz denn ich habe ja jetzt momentan nur noch zwei karten in der hand wenn ich eine karte ausgespielt habe ziehe ich mir natürlich sofort eine neue karte vom nachziehstapel nach und das ist wieder netterweise eine rote karte das heißt ich habe wieder für alle drei farbigen aktionsbereiche eine karte in der hand dann ist natürlich auch klar wie die runde weitergeht das war jetzt mein erster zug dann kommt mein mitspieler der stellt sein aktionstoken auf irgendeinen dieser aktionsplätze spielt eine passende karte aus dann bin wieder ich dran setze mein zweites aktionsplättchen und dann geht es immer so weiter und genau deswegen hat man drei aktionsplättchen denn man hat in jeder runde drei züge jeder spieler hat drei züge jeder spieler darf dreimal sein aktionsplättchen legen und wenn jeder spieler seinen dritten zug absolviert hat dann ist die runde tatsächlich vorbei wenn die runde vorbei ist wird das spiel quasi mehr oder weniger wieder resettet dann bekommt jeder seinen aktionsmarker zurück man schaut auf der starten bund leiste nach wer in der nächsten runde dran ist die restlichen marker von der starten bund leiste werden wieder hier in diesen unteren bereich gestellt damit man wieder von vorne loslegen kann und am schluss wird dieser era marker eben eins weitergezogen und dann wird gecheckt ist man schon so weit dass jetzt eine produktionsphase folgt wenn ja handelt man eben die produktionsphase ab wenn keine produktionsphase folgt beginnt einfach wieder von vorne eine neue runde jeder macht seine drei züge und dann geht es einfach munter so weiter bis dann die produktionsphase erreicht wird bevor ich euch jetzt aber erkläre wie die produktionsphase funktioniert zeige ich euch erst mal was es denn für verschiedene karten im spiel gibt und was die so machen wichtig ich habe euch am anfang schon gesagt die farbe der karte ist wichtig weil die farbe ja zur farbe des aktionsfelds passen muss aber es gibt eben verschiedene kartentypen kartentyp nummer eins sind die karten die hier oben ein a abgebildet haben das ist eine aktion die ich durchführen kann mit der aktionskarte ist es so wenn ich diese karte spiele dann wird diese karte in meine auslage gelegt da passiert erstmal noch nichts wenn ich dann aber später im spiel eine auf ein aktionsfeld gehe auf dem hier so ein a abgebildet ist davon gibt es insgesamt zwei nämlich einmal hier ein rotes und einmal hier ein gelbes feld dann darf ich immer die aktion einer meiner aktionskarten ausführen ich darf insgesamt maximal vier karten hier liegen haben und wenn ich diese karte ausführen möchte dann drehe ich die einfach um 90 grad und darf dann die aktion dieser karte ausführen und diese karte bleibt dann hier auch um 90 grad gedreht liegen und zwar über die ganze ära hinweg also eine ära ist ja immer bis zur nächsten produktionsphase das heißt wenn ich diese karte einmal aktiviert habe dann bleibt die relativ lange so da liegen wie sie da liegt das heißt man muss sich schon gut überlegen wann man denn so eine aktionskarte anwenden möchte das ist quasi der erste kartentyp die aktionskarte als nächstes gibt es diese und diese karten die hier oben so ein unendlich symbol haben das unendlich symbol bedeutet die karte wird einfach nur in den allgemeinen vorrat gelegt und bleibt da bis zum ende des spiels deswegen auch unendlich also für die gesamte dauer des spiels bleibt diese karte im eigenen vorrat liegen eine blitz ein blitz symbol bedeutet dass es ein effekt der sofort ausgeführt wird die karte kommt auch nicht in meinen in meine persönliche auslage sondern die karte wird einfach gespielt und abgelegt also zum beispiel hier ich zahle einen credit bekomme dafür zwei stahlplastik und ich darf sogar noch eine karte ziehen dieses weiße symbol hier oben bedeutet immer ich bekomme eine zusätzliche karte so das unendlich symbol haben wir schon gesehen und dann gibt es noch einen letzten kartentyp und dieser kartentyp das sind die karten mit dem zahnrad und diese zahnrad karten die sind ganz wichtig denn da wird produziert das sind karten die kommen auch in meine allgemeine in meine persönliche auslage und jedes mal wenn wir in eine produktionsphase eintreten dann produziert diese karte zusätzliche ressourcen muss ich mir halt merken immer wenn produziert wird muss ich auch meine kartenauslage durchschauen wenn da was mit einem zahnrad liegt dann wird produziert zusätzlich gibt es noch karten auf denen ist eine stoppuhr abgebildet da müsste ich euch aus einem späteren kartenpacken mal eine raus zeigen aber alles auf dem eine stoppuhr abgebildet ist das sind dann dinge die erst in der schlusswertung zum tragen kommen dazu kann ich euch zum beispiel mal hier diese metropole zeigen die auf meinem plan liegt hier oben seht ihr es ist eine kleine stoppuhr abgebildet und das bedeutet diese benefits die hier abgebildet sind die bekomme ich tatsächlich erst in der schlussphase des spiels das war der überblick über die kartentypen jetzt ist es ja aber auch noch so dass die karten die verschiedenen karten farben ja auch noch verschiedene schwierigkeitsgrade quasi haben es ist nämlich so grüne karten sind die mit abstand stärksten karten im spiel aber grüne aktionsplätze sind die schwächsten aktionsplätze die roten karten sind mittlere karten oder mittel wichtige karten und auch die roten aktionsplätze sind jetzt eher so mittel bedeutende aktionsplätze die gelben karten sind die schwächsten karten aber dafür sind die gelben aktionsplätze die stärksten aktionsplätze also ihr seht im zusammenspiel ist es natürlich immer wieder mehr oder weniger ein mittelwert aber auch da könnt ihr euch immer entscheiden wollt ihr eine starke karte oder eine schwache karte spielen oder lieber einen starken oder einen schwachen aktionsplatz verwenden so wird dann runde um runde weiter gespielt der era marker wandert immer weiter nach oben und irgendwann kommt der dann hier auf einer produktionsphase an und dann wird tatsächlich auch eine produktionsphase abgehandelt und zur produktionsphase da habt das habe ich euch am anfang schon gesagt da schaut man sich dann dieses hilfeblatt an da kann man dann gucken okay die gebäude eine farm liefert zum beispiel einen kelb in der produktionsphase eine entsalzungsanlage liefert einen credit ein labor liefert eine wissenschaft jeder tunnel den man gebaut hat liefert einen credit so wenn man das ganze abgegradet hat liefert auf einmal die farm einen kelb und einen siegpunkt die entsalzungsanlage einen credit und eine biomasse das labor eine wissenschaft und eine stahl plastik und jeder tunnel liefert nicht nur einen credit sondern einen credit und einen siegpunkt und es gibt noch mehr ressourcen die produziert werden wenn ich zwei gleiche abgegradete produktionsstätten in einem in einer stadt stehen habe und außerdem wenn ich symbiotische städte in meinem staaten verbund oder in meiner stadt stehen habe dann liefern die in jeder produktionsphase auch noch siegpunkte das ist also ganz 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 wichtig ihr seht es hier schon am ende hier ist auch nochmal zusammengefasst was in der produktionsphase passiert also zum einen produziert mein unterwassernetzwerk dann schaue ich mir noch an ob irgendwelche karten in der produktion in der produktionsphase irgendwas produzieren dann schaue ich an ob irgendeine meiner metropolen vielleicht irgendwas produziert dann werden alle meine aktionskarten wieder aufrecht gestellt und aktiviert und das wichtigste am schluss am schluss muss ich dann meine stadt aber auch noch ernähren das bedeutet für jede stadt die ich habe muss ich entweder einen kelb bezahlen wenn ich keinen kelb mehr habe muss ich eine biomasse bezahlen und wenn ich auch keine biomasse mehr habe dann geht es an meine siegpunkte also wenn ich meine stadt nicht ernähren kann und ich habe keinen kelb und keine biomasse dann verliere ich auch richtig massiv siegpunkte kann mir am anfang egal sein denn weniger als null siegpunkte gibt es natürlich nicht aber zumindest ist das die reihenfolge was alles in der produktionsphase erledigt werden muss dann wird jetzt allerhöchste zeit dass ich euch mal die aktionsplätze vorstelle auf dem spielbrett für zwei personen ist das relativ einfach und auch relativ schnell erledigt machen wir mal die gelben zuerst hier kann man eine aktionskarte umdrehen und man bekommt zwei ressourcen entweder eine wissenschaft eine stahlplastik oder einen kelb aber nicht zweimal die gleiche also zwei verschiedene auf diesem feld darf man maximal zwei tunnels bauen auf diesem feld bekommt man entweder zwei wissenschaft oder man darf für einsatz einer will einer oder zwei oder drei wissenschafts tokens eine oder zwei strukturen upgraden hier darf man eine stadt bauen und entweder eine farm eine entsalzungsanlage oder ein labor bauen dann kommen die roten aktionen hier darf man entweder zwei farmen oder zwei labore bauen hier darf man eine aktionskarte und oder einen tunnel bauen das habe ich euch schon erklärt eine stahlplastik zwei stahlplastik und einen kelb und hier auf diesem feld setzt man seine aktionsmarker wenn man eine dieser sonderkarten kaufen möchte dann sind wir bei den grünen hier kann ich zwei entsalzungsanlagen bauen hier kann ich eine stadt bauen hier kann ich zwei punkte auf der staatenbund leiste nach oben ziehen also sprich hier auf dieser leiste nach oben ziehen um in der nächsten runde dann eventuell der staatspieler zu werden und das letzte feld was hier unten ist das bedeutet ich bekomme zwei karten und ich darf für einsatz einer wissenschaft eins meiner gebäude upgraden oder ich bekomme stattdessen einen kelb dann gibt es hier in der mitte noch ein feld das ist ein ganz besonderes feld dieses blaue feld hier das ist nämlich das feld was man immer benutzen darf und das ist auch das einzige feld auf dem mehr als ein aktionsmarker liegen darf also dieses feld darf öfter angewendet werden das bedeutet ich werfe einfach eine karte ab nachdem das fällt keine farbe hat spielt die farbe der karte auch keine rolle und ich bekomme zwei neue karten und zwei credits und das sind alle aktionsfelder auf dem spiel die man im laufe der runde benutzen kann jetzt ist natürlich die frage wenn man denn eine struktur bauen darf wie geht das denn von statten und auch dafür gucken wir mal wieder auf unseren hilfszettel denn diese erste spalte hier die nennt uns die baukosten die grünen anlagen die grünen gebäude das sind farmen die kosten einen kelb also ein grünes eine grüne einheit wenn ich eine entsalzungsanlage bauen möchte das sind die gelben kostet die einen credit ein labor kostet eine stahlplastik und wenn ich einen tunnel bauen möchte dann kostet der einen credit und eine stahlplastik so wenn ich jetzt eine stadt bauen möchte dann kostet die zwei stahlplastik einen kelb und einen credit und wenn ich eine symbiotische stadt bauen möchte das sind die roten kuppeln dann kostet die eine biomasse eine stahlplastik einen kelb und zwei credits wichtig dabei biomasse ist etwas was es im spiel sehr sehr selten gibt also da kommt man echt schwer ran deswegen sind natürlich auch die roten kuppeln eigentlich die die deutlich wertvoller sind und die natürlich auch in jeder produktionsphase siegpunkte abwerfen während eine normale stadt halt in der produktionsphase gerade mal gar nichts produziert jetzt ist die frage wo darf denn jetzt gebaut werden dazu schauen wir uns hier mal unseren spielplan an also eine stadt darf immer angrenzend in einem angrenzenden feld an eine bestehende stadt gebaut werden das heißt aktuell wenn ich hier unten eine stadt habe dürfte ich hier hier und hier eine stadt bauen wichtig wenn ihr hier mal drauf guckt bei manchen auf manchen dieser bauplätze ist hier auch eine ressource abgebildet und das ist natürlich logisch sobald ich meine stadt hier zum beispiel in der mitte drauf baue bekomme ich eben einen punkt auf der staaten bund leiste nach oben und ich darf eine karte ziehen genauso zum beispiel hier ganz klein wenn ich hier einen tunnel hin baue bekomme ich eine wissenschaft und wenn ich hier unten einen tunnel hin baue dann bekomme ich eine stahlplastik als ressource also immer wenn man irgendwas belegt dann bekommt man die entsprechende ressource auch ausgezahlt sowie ist es denn jetzt mit den gebäuden also mit den farmen mit den entsalzungsanlagen und mit den laboren die gebäude werden übrigens da dargestellt durch diese runden marker hier kann ich euch auch noch mal hier in der großkamera zeigen die grünen runden sind farmen die weißen sind labore und die gelben sind entsalzungsanlagen so und diese gebäude darf ich entweder angrenzend an eine bestehende stadt bauen also sprich maximal drei hier in diese entsprechenden formen einlegen ich darf die aber auch an einem genehmigten oder an einem gültigen bauplatz für eine zukünftige stadt bauen ich habe euch ja gesagt diese drei plätze hier sind quasi die möglichen bauplätze für meine nächste stadt das heißt ich dürfte auch hier schon meine gebäude bauen das ist auf der einen seite ganz cool weil ich natürlich mehr platz habe um gebäude zu bauen aber auf der anderen seite ist es so gebäude die mit keiner stadt verbunden sind oder eine stadt die noch nicht mit meinem netzwerk verbunden sind geben in der produktionsphase keine ressourcen also liefern mir noch nichts deswegen ist das zwar weise voraussicht wenn man hier baut aber ertrag geben die gebäude wirklich erst dann wenn die stadt wenn hier eine stadt steht und wenn die stadt auch mit meinem persönlichen netzwerk verbunden ist da kann ich euch auch gleich nur zeigen wie man solche gebäude aufwertet das ist relativ einfach zu lösen denn wenn man das gebäude aufwertet nimmt man einfach noch mal so ein rundes so einen runden mipel und legt den hier einfach oben drauf das bedeutet das wäre jetzt quasi eine abgegradete entsalzungsanlage so dann kann man natürlich auch noch tunnel bauen tunnel kann ich euch auch hier gerade mal zeigen weil von namen so sieht so sieht ein tunnelelement aus auch der tunnel kann natürlich abgegradet werden das ist ein standard tunnel und auf der rückseite gibt es dann den abgegradeten tunnel achtung hier ist ein siegpunkt abgebildet aber diesen siegpunkt den bekommt man nur während der produktionsphase den bekommt man nicht sofort wenn man diesen tunnel umdreht so und den tunnel den darf man immer bauen und zwar so dass der tunnel dass über den tunnel eine direkte strecke zur startstadt gebildet werden kann das heißt den ersten tunnel den dürfte ich jetzt natürlich nur hier in diese drei angrenzenden felder bauen aber den nächsten tunnel den ich baue den könnte ich zum beispiel schon hier oben bauen selbst wenn hier in der mitte noch keine stadt ist denn ich hätte hier trotzdem über diesen gültigen bauplatz eine direkte verbindung zu meiner stadt also städte bauen habe ich euch gesagt gebäude bauen habe ich euch gesagt und tunnel bauen habe ich euch gesagt und dann gibt es nur noch eine ganz besondere geschichte die ich euch noch zeigen möchte es gibt ja drei bauplätze rund um jede stadt das sind die auch hier mit dem hellen hintergrund und ich habe es euch schon am anfang gesagt es gibt auch noch einen vierten bauplatz das ist dieser sonderbauplatz auf dem darf aber nur gebaut werden wenn man eben über eine kartenaktion darauf hingewiesen wird dass man eben hier bauen darf ansonsten ist dieser bauplatz hier tabu wichtig noch mal zum bauen noch mal der hinweis dass ist dieses kleine eck hier unten rechts auf unserem grünen spickzettel wenn man baut dafür steht dieses weiße symbol hier oben drüber dann kann man jederzeit kelp und stahlplastik gegen biomasse im verhältnis eins zu eins ersetzen also wenn man mal dringend was bauen möchte und es fehlt einem eine von diesen beiden ressourcen kann man die durch biomasse ersetzen ist natürlich immer ein draufzahlgeschäft denn biomasse ist deutlich deutlich wertvoller als kelp und stahlplastik weil die beiden ressourcen hier auf der rechten seite bekommt man relativ einfach an biomasse zu kommen ist tatsächlich schon richtig richtig schwierig was ich euch jetzt noch detailliert erklären möchte weil es eben auch eine ganz besondere sonderstellung hat ist was passiert wenn man hier auf dieses aktionsfeld mit dem s geht wenn man also eine spezialkarte nehmen darf oder genauer gesagt kaufen darf einfach ist es bei den sechs die hier ausliegen bei diesen dreier karten die kosten jeder drei credits das ist ganz einfach ich gehe auf dieses feld gebe drei credits aus und kann mir eine dieser karten kaufen das sind sehr 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 wichtige karten besonders für das ende des spiels ihr seht ja diese karten haben alle hier oben die stoppuhr aufgedruckt das heißt das sind alles karten die erst in der schlussabrechnung zum tragen kommen und das sind dann ebenso sachen die eben noch besondere boni geben wenn man zwei abgegradete farmen zum beispiel in seiner stadt stehen hat bekommt man für jedes dieser dieses farmen duos noch mal extra drei siegpunkte oder man darf stahlplastik in siegpunkte umwandeln oder man bekommt noch mal extra siegpunkte für seine symbiotischen städte also diese karten hier die sind wirklich wichtig und nicht vergessen wenn die mal weg sind sind sie weg also nicht zu lange warten bis man sich eine dieser karten holt denn die können am schluss tatsächlich den unterschied zwischen gewinnen und verlieren machen weil sie eben wirklich besonders viele punkte generieren mit diesen einer oder zweier karten hier ist es nicht gar so schlimm die machen auch schöne sachen aber nicht solche sachen wie die hier bei denen ist es so wenn ich auf dieses sonderfeld gehe und möchte mir dann eine dieser karten nehmen kann ich entweder die karte die hier oben auffliegt kaufen oder ich packe die karte unter den stapel drunter nehme mir die obersten drei karten schaue mir die drei karten an suche mir eine davon aus die unter die die anderen zwei kommen wieder unter den stapel und die eine karte nehme ich mir und die kann ich dann weiter verwenden und dann die aktion die da drauf steht durchführen je nachdem wann diese aktion eben fällig wird was passiert jetzt wenn das ende der runde gekommen ist also wenn mein mein mitspieler und ich oder meine mitspieler und ich jeder drei aktionen gemacht haben dann werden als allererstes alle aktions plättchen also in unserem fall unsere u-boote eingesammelt dann wird die zugreihen folge für die nächste runde bestimmt anhand unseres ergebnisses hier auf der starten bund leiste und dann wird der era anzeiger weitergezogen eben beginnen von der 1 immer weiter nach oben bis man dann zur produktionsphase kommt und dann hält das spiel kurz an dann wird produziert und dann beginnt die nächste ära was passiert denn jetzt am ende einer ära als allererstes werden natürlich die aktionskarten zurückgedreht es wird eine produktionsphase abgehalten so weit so gut dann werden noch die städte ernährt das haben wir auch schon gesagt dann ist es aber so dass am ende der ära das jeweilige ära deck entfernt wird also auch die ablage wird entfernt und dafür gibt es dann einen neuen ära deck eben für die ära 2 oder für die ära 3 wichtig karten aus der letzten ära die man noch in der hand hat darf man auch noch in der hand behalten die muss man nicht abgeben aber wenn man die dann später anlegt oder ablegt werden die natürlich wieder in den entsprechenden ära stapel hinein sortiert aber lustig ist es natürlich oder besonders spannend wird es natürlich weil diese karten in der neuen ära natürlich immer mächtiger werden und spätestens in der dritten ära dann da wirklich karten im stapel sind mit denen man mal so richtig schabernack anrichten kann also das ende der ära und das spannendste am ende der ära ist dann dass ein neuer kartenpacken hier auf dem tisch ausgelegt wird sondern geht das spiel weiter voran man spielt runde für runde weiter man spielt ära für ära weiter und irgendwann ist man dann am ende der letzten der zehnten runde angekommen und dann gibt es noch mal eine produktionsphase also dann wird noch mal ganz normal nach den üblichen regeln produziert und dann gibt es eine schlusswertung und zur schlusswertung kommt dann auch endlich dieses plättchen dieser diese karte hier zum zug die wir ja schon von anfang an neben unserem spiel tableau liegen haben und dann wird gewertet und da braucht ihr am besten einen zettel weil da wird nämlich wirklich viel zusammen geschrieben also als allererstes wertet man die braunen metropolen habe ich euch schon gezeigt da gibt es punkte am ende des spiels dann schaut man sich seine karten durch also seine auslage durch ob dort auch karten mit einem stoppohr symbol sind denn auch die generieren am schluss punkte dann bekommt man grundsätzlich mal für jede stadt die mit dem netzwerk verbunden ist zwei siegpunkte wenn auf der stadt oder an der stadt noch ein gebäude gebaut ist gibt es für die stadt drei siegpunkte wenn ein zweites gebäude unterschiedlicher art in dieser stadt steht bekommt gibt die stadt schon vier siegpunkte und wenn man drei verschiedene gebäude in der stadt stehen hat gibt die stadt sensationelle sechs siegpunkte also gute strategie im verlauf des spiels immer zu schauen dass man um eine stadt herum immer drei verschiedene gebäudetypen stehen hat denn dann gibt es in der schlussrunde richtig richtig viele siegpunkte dann darf man am schluss noch seinen kelp seine wissenschaft und seine stahlplastik jeweils in einen credit umwandeln dann darf man jede biomasse die man hat noch in zwei credits umwandeln und dann darf man alle credits die man noch übrig hat jeweils vier credits in einen siegpunkt umwandeln und dann hat man viele viele punkte zusammen notiert und dann ist es tatsächlich am schluss ganz einfach denn derjenige spieler der am schluss auf dieser siegpunkte leiste am weitesten fortgeschritten ist also der der schlicht und ergreifend am meisten siegpunkte verdient hat das ist der gewinner von underwater cities ja das resümee von underwater cities das wird jetzt tatsächlich ein bisschen knifflig denn wir müssen hier ein bisschen zweiteilen wenn man das reine spielprinzip sich anschaut also wie dieses spiel gespielt wird die regeln die idee dahinter das ist wirklich toll gemacht das ist ebenso ein kartenlegespiel wie man es ja schon kennt wo man eine strategie sich zusammenzimmern kann das unterwasser thema ist wirklich toll umgesetzt und alleine die tatsache dass es einen unterschied macht ob die farbe der karte zur farbe des auslege orts passt das ist eine brillante idee und das wirklich toll umgesetzt das ist auch was was dann in die strategie einfließen kann gefällt mir wirklich gut also spielprinzip regeln alles toll aber und das ist ein großes aber das spielmaterial ist verbesserungswürdig um es mal vorsichtig zu formulieren ich habe wohl gehört dass der wladimir suchy seinen eigenen spieleverlag gegründet hat und ich verstehe auch dass man deswegen natürlich nicht gleich in die vollen gehen kann und eine ausstattung wie bei anderen großen spielen erwarten kann aber diese kuppeln die man als spielmaterial hat die diese unterwasser städte symbolisieren die wirken tatsächlich ein bisschen ich wollte eigentlich nicht sagen aber sie wirken ein bisschen billig diese spielpläne auf denen man spielt das ist relativ dünnes papier das fasst sich ein bisschen wie kopierpapier an und da wäre es glaube ich echt kein problem gewesen die aus einem bisschen dickeren karton zu fertigen also auf der einen seite haben wir ein wirklich tolles spielprinzip auf der anderen seite haben wir material und eine ausstattung die deutlich verbesserungsfähig wäre also grundsätzlich sage ich es ist immer noch ein sehr schönes spiel zumindest für alle die auf so strategie spiele stehen ist das immer noch eine empfehlung weil die idee wirklich toll ist aber alle leute die ein bisschen einen wert auf haptik und auf qualität des spielmaterials legen die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein aber um auf einer guten note an dieses review zu verlassen es ist trotzdem ein sehr schönes und gut gemachtes strategie spiel und in diesem sinne vielen herzlichen dank dass ihr auch dieses mal wieder mit dabei war wenn ihr neu heute zu uns gestoßen seid und mehr von uns hören wollt dann freuen wir uns wenn ihr unseren kanal abonniert und klickt gerne die glocke dann werdet ihr aktiv informiert wenn es von uns was neues gibt und ansonsten wünschen wir euch wie immer bis zum nächsten mal ein schönes spiel